Musik Meine Heil-Kundelehrer auch hier Der Parkattacco fällt mir eigentlich an, oder? Oh, ich war nicht. Musik 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 Ich finde Hakata ist richtig cool, schöne Atmosphäre, nette Leute, viele gute Informationen. Ich habe noch mal manche Sachen aufmerksam gemacht. Ich finde es sehr gut, Hakata ist ein sehr schönes Fest. Ich mache das Fahrt hier los. Ich finde es etwas Besonderes und jeder sollte das mitmachen, denn es ist eine gute Stimmung und es ist immer etwas los. Ich finde es sehr gut. Ja, die Musik. Also, Hakata finden wir wunderbar. Wir sind auch Pampor. Wir betreiben diesen Hakata schon seit, na seit 10, 12 Jahren kommen wir hier schon her. Regelmäßig um 12 sitzen wir hier und freuen uns. Die Musik. Vielen Dank. Was hältst du von Rakatak? Ich finde Rakatak eigentlich toll. Diese Instrumente, die man hier sieht, die sind nicht überall zu sehen. Man kann sehen, dass man mit Trommeln auch sehr gute Musik alleine machen kann. Ich finde es, denke ich, sehr gut. Super Musik. Wir haben schon ordentlich getanzt, rhythmuswert trommelnd. Und haben hier eine Menge Spaß. Man kann sich jeden kleinen Shop angucken. Wir haben auch schon einen kreativen Shop gebeten. Ich bin dieses Jahr das erste Mal aus dem Rakatak. Und was mich einfach begeistert, sind einfach die verschiedenen Kulturen, die hier durch die verschiedene Musik aufeinandertressen. Und dass man einfach völlig verschiedene Dinge aus völlig verschiedenen Kulturen, mit anderen Farben, mit anderen Mustern, die hier einfach aufeinandertressen. Und es ist einfach schrill und bunt und macht Spaß. Das ist das Schöne am Rakatak. Das war ja auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020